Hallo alle zusammen. Hier erfahren Sie, wie Sie verlorene Daten von einem NAS am Beispiel des Links 1000, 100 wiederherstellen können. Wie man informatieren von Versplatten eines nicht funktionierenden Sandgeräts abruft. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnen mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Wie wir wissen, ist NAS ein Server zum Speichern von Daten auf Datenebene. Es handelt sich im Grunde um einen Computer mit einem Disk-Array, der an ein Netzwerk angeschlossen ist. Und die auf dem Gerät gespeicherten Daten können von allen Teilnehmern in diesem Netzwerk gemeinsam genutzt werden. Speichergeräte werden immer beliebter, da die meisten Räte für eine bessere Fällen-Toleranz und Datenspeicherung verwendet. Aber wenn es um die Wiederherstellung von Daten geht, ist es nicht immer klar, was mit einem solchen Räte zu tun ist. Die meisten Geräte haben kein Betriebssystem und der Räte verbunden wird von Kontrollern aufgebaut. Daher können Sie nicht einfach eine Datenrettungssoftware darauf installieren und ausführen. Und im Falle eines NAS-Gerätenauffalls müssen Sie die Laufwerke direkt an den PK mit dem installierten Betriebssystem anschließen. Und als zusätzliche Software können Sie sich jedoch nicht einfach an einen PK anschließend und Informationen abrufen. Wenn die Laufwerke abgeschlossen sind, werden sie von Betriebssystemen nicht erkannt und es wird angeboten, Sie die weitere Verwendung zu initialisieren. Bei der Initialisierung werden die auf dem Speichergerät verbliebenen Daten überschreiben und eine weitere Wiederherstellung ist wahrscheinlich erfolglos. Installieren Sie auf keinen Fall, wenn Sie die restlichen Daten nicht verlieren wollen. HalperNRate Recovery kann Ihnen helfen, verlorene Daten von Ihrem NAS wiederherzustellen. Dieses Programm unterstützt die Wiederherstellung von verlorenen Daten von fast allen bekannten Rates. Mit seiner Hilfe werden Sie leicht die verlorenen Informationen zurückbekommen. Es unterstützt Dateisysteme, die in Windows, MacOS, Linux und Unix verwendet werden und wird alle logischen Strukturfälle auf Ihrer Festplatte beheben und den Inhalt Ihrer Festplatte wiederherstellen. Wenn das Programm, wie in unserem Fall, das RAID nicht automatisch aufbauen und anzeigen konnte, müssen Sie ihm ein wenig nachhelfen und zusätzliche Parameter im Konstruktor angeben, um das RAID korrekt auszubauen. Wie das geht, zeige ich Ihnen am Beispiel eines Hardware RAID 5 von Fünftesplatten, das auf einem D-Link DSM 1100 erstellt wurde. Der Prozess des Aufbaus und der Konfiguration von RAID auf diesem Gerät ist in einem weiteren Video zu sehen. Simulieren wir den Ausfall eines NAS-Geräts, sodass uns Fünftesplatten mit Daten verbleiben. Wir schließen Sie direkt an einem Computer mit Windows-Batriebssystem an. Das System sieht Sie als unpartitionierte Geräte. Daten sehen Sie Heckman-Rate Recovery. Das Programm sieht alle Fünftesplatten, kann aber das verlorene Daten nicht automatisch aufbauen. In diesem Fall müssen Sie manuell neu erstellen. Das Prinzip dieses NAS-Modells besteht darin, dass der Controller am Anfang des Laufwerks verschiedene Serviceinformationen ausgezeichnet und danach der Anfang des Laufwerks mit MBR oder GPT-Partitionierung liegt, was ihn von anderen Kontrollern unterscheidet. Da der Anfang kein bestimmter Wert ist, müssen Sie ihn manuell suchen. Dafür gibt es unverändliche Signaturen, nach denen wir den Anfang des Laufwerks suchen werden. Für MBR ist es und für GPT ist es. Da dieser Controller-Tipp aber Informationen in einer nicht standardisierten Form schreibt, nimmt er alle 5 Bytes und faltet sie gespiegelt auf, sodass diese Signaturen geändert werden nutzen. Je nach Rates-Tipp kann der Anfang der Platte auf einer oder man anderen Platten liegen. In unserem Fall von Rates 5 befindet sich der Anfang der Platte auf nur einer Platte. Wenn Sie die Partitionierung und Reifenfolge der Festplatten in Ihrem Reihe kennen, beginnen Sie die Suche mit der ersten Festplatte. Wenn die Reifenfolge und Partitionierung unbekannt sind, müssen Sie jede Festplatte zuerst nach MBR-Signatur und dann nach GPT durchsuchen. Öffnen Sie das Laufwerk im Hex-Editor. Das Programm hat einen eingebauten Editor, sodass Sie nicht nach zusätzlichen Software suchen müssen. Klicken Sie mit der Rechner-Maus-Tapel auf Datenträger und wählen Sie in Hex öffnen. Klicken Sie mit der Rechner-Maus-Tapel auf Datenträger und wählen Sie in Hex-Editor. Die Serviceinformationen nehmen nicht viel Platz ein, warten Sie also nicht, bis der Suchvorgang abgeschlossen ist, sondern wechseln Sie nach kurzer Zeit zur nächsten Platte. Wenn Sie den Anfang des Datenträgers nicht über MBR-Signaturen finden, wiederholen Sie die Suche über GPT und wenn die Suche verschlägt, suchen Sie über inverse Führbeit. In unserem Fall befanden Sie der Anfang des Arrays auch den zweiten Laufwerk. Aufgrund der gefundenen Signatur kann man davon ausgehen, dass das Laufwerk als MBR-Porten definiert ist. Merken Sie sich die Sektornummer. Jetzt können wir beginnen, das Array auszubauen. Öffnen Sie den Rail-Konstrukten weiter, manuell erstellen und geben Sie alle bekannten Parameter ein. Rail-Typ, Blockreinerfolge, Blockgroße. Fügen Sie die Festplatten hinzu, aus denen das Rail besteht und geben Sie deren Reifenfolge an. In meinem Fall schreibt der NAS-Controller alle 4 Bytes spiegelbildlich. Also gespiegelt, daher gehe ich diesen Parameter an, inverse 4 Bytes. Es bleibt noch das Offset anzugeben, an dem sich die Platte befindet. Wir haben ihn bereits früher definiert. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Datenträger, dieses Offset-Große ändert. Geben Sie in der Zahle Offset die Sektornummer für alle Laufwerke ein. Klicken Sie dann auf hinzufügen. Wenn Sie nicht alle zusätzlichen Parameter kennen, rät es aus, nur den Rail-Typ auf den Offset anzugeben. Das Programm wird die anderen Parameter automatisch finden, aber dieser Programm wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Nachdem hinzufügen wird das Rät im Datenträger-Manager angezeigt, scannen Sie das Laufwerk. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk, öffnen, wählen Sie schneller Scan. Bei Erfolg dauert es weniger lange. Nach Abschluss zeigt das Programm die gefundenen Informationen in diesem Fenster an. Wenn das Programm aufgrund des Schnellscans keine Daten finden kann, finden Sie die verständliche Analyse durch. Markieren Sie dann die Dateien, die Sie zurückgeben möchten und klicken Sie auf Wiederinstellen. Geben Sie den Pfad an, in dem Sie gespeichert werden sollen und klicken Sie nochmal auf Wiedererstellen. Nach Abschluss befinden sich alle Dateien im angegebenen Ordner. Selbst bei zwei beschädigten Laufwerken konnte die Software einige intakte Dateien wiederherstellen. Aufbau des RRs im Reihkonstruktor ist es notwendig, zusätzlich zu den RRs. Arbeitslaufwerken, leeren Laufwerken hinzufügen, die der Anzahl der ausgefallenen Laufwerke entsprechen. Wie wir wissen, wenn mehr als eine Platte der gegebenen RRs ausfällt, wird es komplett funktionierlich und fähig. Deshalb zeigt das Programm gute Ergebnisse bei der Wiedererstellung der restlichen Daten. Die Wiedererstellung von Daten aus NAS-Rate-Rs ist ein ziemlich komplizierter Prozess. Es ist wichtig zu wissen, was zu tun ist und eine zuverlässige Software zu verwenden, da der kleinste Fehler zum Verlust aller Informationen führen kann. Vergessen Sie nicht, regelmäßig Sicherungskopie zu erstellen. Sie können Sie verhindern, dass wichtige Daten verloren gehen. Und abhängig davon, auf welchem Gerät der Tipp oder der Controller Ihre RR aufgebaut ist, können Sie Ihre Daten wiederherstellen, indem Sie diese Anweisungen befolgen. Und das ist alles. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Vergessen Sie nicht unseren YouTube-Kanal abonnieren. Daumen hoch, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank für's Zuschauen. Tschüss.